Hör mal, du musst dich nicht schämen, mein Mann zu sein. Aber ich denke immer an Sex, die ganze Zeit. Das ist nur, weil du nie welchen hast. Hättest du ausreichend Sex, würdest du nicht dauernd dran denken. Das ist wie mit Atmen. Das ist so, als wenn du in einem U-Boot sitzt, auf dem auf einmal der Sauerstoff ausgeht. Dann würdest du auch immer nur ans Atmen denken. Frauen wollen einfach nicht verstehen, dass Sex für uns wie Atmen ist. Im Grunde ist unser Dödel unsere dritte Lungenhälfte.